Hi, 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 welcome, welcome, hi! Heute ist der zweite Tag meiner Quick-Tip-Woche, ich zeig euch, wie man Kranat-App für richtig schält, denn ihr macht das schon seit Jahren falsch. Und ohne viel zu lernen, würde ich mal sagen, let's begin! Hi, 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 welcome, welcome, hi! Heute ist der zweite Tag meiner Quick-Tip-Woche, und ich zeig euch, wie man Kranat-App für richtig schält, denn ihr macht das schon seit Jahren falsch. Und ohne viel zu lernen, würde ich mal sagen, let's begin! Und ohne viel zu lernen, würde ich mal sagen, let's begin! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020